Zack, so, das Kunstflugzeug. Ist, glaub ich, ein Einsitzer. Ich gucke zu. Okay. Zombe! Danke fürs Motorstarten! Nein! Ah! Was ist das denn? Zombe! Ich häng mit dem Gesicht fest! Nein! Ja! Moin, Leute! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 Online zusammen mit Jemma, Let's Play, Maudata und Zombe! Hallo! Ich auch! In you! Was soll'n' das? Ich muss jetzt hier irgendwie aus Acapulco wieder rauskommen. Das ist Acapulco? Vielleicht. Hä, wir sind in Acapulco. Nein, nein, nein! Wir sind lauter Acker, also ist es wohl Acapulco. Es muss Acapulco sein. Oh, warte, ich kann hier mal... Hier kann ich mein Geld mal endlich einzahlen. Warte mal, ist Palette das echter Name Pulco? Pst! Ist das das Geheimnis? 599.000. Ja. Leute, ich hab'n Flugzeug steckt ein! Nein! Du hast'n Flugzeug? Das ist ein Flugzeug! Ja! Ja, nice! Das ist ein Flugzeugflug? Ja, das ist ein Flugzeug! Ja, in Gold und Chrom! Wo denn? Was?! Ja! Warte, ich steig' hier erst mal ein. In meinen Riesentruck! Aua, Mochte, warum hast du mich umgebracht? Aua! Boah! Menge! Ich wollte eigentlich nur hochfliegen! Jaja, das sah mal wieder so aus. Ich wär mit Gorn! Oh Gott, tut mir leid! Können wir da rein? Ich weiß es nicht. Ja, da ist ja noch ein zweites Flugzeug. Oh Gott! Und du kannst ihn komplett auswerfen! Mach doch, probier'n du mal einzustalten! Ich bin vom Flügel gefallen! Mann! Oh, ich hab' hier direkt ein Flugzeug. Ne, ist voll, oder? Warte, 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 warte! Warte, warte! Ich will doch! Nein, ich will dich gar nicht rauswerfen! Da hapelst du das! Nein! Ich hab' einfach einmal F gedrückt! Einmal! Gott! Oh Gott! Oh nein! Mann! Was ist das für ein Fahrer? Du musst dich doch ausweichen. Hallo! Da bin ich! Ich nehm den hier. Der scheint schnell zu sein. Hallo. Meinst du, ich flieg noch mal mit dir oder was? Kann ich euch abschleppen? Oh! Hä? Hä? Was? Das brennt nur! Oh oh! Oh oh! Nein, warte! Ich flieg weg! Ja, ich auch! Kann ich, warte mal, was muss ich drücken? Ah! Den Hake! Kann ich damit Flugzeuge und Helikopter abschleppen? Wirklich? Ne, du Autos! Ja, warte, Manuel! Geh in das Auto hier vorne rein! Motorrad! Oder? Ne, ne, hier vorne! Warte nicht! Komm mit, Mordado, komm! Erz, Erz! Ja! Ach, warte, Mordado! Hast du dich selber umgebracht? Möchtest du rein, Zombie? Ja, ja! Okay! Oh, warte! Ich glaub, so kann er nicht einsteigen! Ja, warte, es gibt ein paar logistische Probleme! Einsteigen drücken! Ich glaub, so kann er immer noch nicht einsteigen, Paulette! Es gibt ein paar... Das ist nicht so einfach! Ey! Mordado! Ich bin im Helikopter! Was?! Mordado hat uns verlassen! Ja, Mordado steigt in den anderen Heli! Los geht's! Kann jemand das markieren? Ja, warte! Ist dein Haus nicht mit einem Haus-Symbol markiert? Das da! Müsste es sein! Okay! Hier schön straight! Mach ich! Wie's dir beigebracht habt! Hi, Mordado! Hallo! Was für... Hey! Ich hab mich zurückgelassen! Nein, haben wir nicht! Haben wir nicht! Habt ihr nicht? Nein! Warte! Komm hier! Oh! Hallo! Okay, ich verzeih dir, Paulu! Okay! Kannst du mich abholen wieder? Ja, mach ich! Ich glaub, das Auto funktioniert nicht mehr! Irgendwie hab ich Probleme gerade! Ah ja, warte, dann denk hier schnell einsteigen! Wir treffen uns! Wui! Was passiert hier? Wie, wieso ist mein Auto denn unter Wasser? Ah! 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 Und so landen! Zack! So, das Kunstflugzeug! Zick! Oh, oh! Bist gefährlich nah! Ist, glaub ich, ein Einsitzer! Ich gucke zu! Okay! Ah! 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 Das ist kein... Danke fürs Motor starten! Ah! Ah! Was ist das denn? Ah! Komm, ey! Ich häng mit dem Gesicht fest! Ich merk! Nein! Ja! Mann! Nimm ich mir halt den Blöden! Nimm ich das Ding! Der müsste auch schnell sein! Boah! Du mieses Schwein ist mich zurückgelassen! Hab ich nicht! Tschüss! Was? Oh, nein! Ja, verreck! Ja! Selber schuld! Oh nein, wirst du denn da? Modado? Ist da das Flugzeug? Oh nein! Ja! Nee, warte da, wo meine Freunde sind! Sag mal! Du willst dich doch töten! Hä? Was? Hä? Du hast die ganze Zeit probiert mich mit dem... Warum hat sie mein Handy kaputt gemacht? Du hast probiert mich mit dem Rollturm zu bringen! Oh, meine Maustaste funktioniert nicht mehr! Ja! Weil er mich umbringen wollte, siehste! Oh ja! Nehm ich mit, Leute! Okay! Ja! So, meine Damen und Herren! Bitte einmal einsteigen! Bei Aslak! Ja, Leute! Was? Sachbeschädigung und danach wieder nicht mal dafür aufkommen! Hey! Werden Kopfgeld auf mich ausgesetzt! Oh, Aslak! Ja! Maudado, willst du auch mit? Ja, ich komm! Okay! Tschüss! Da kommt er da hinten angelaufen! Ich... 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 Wo? Ach da! Hey! Stopp! Nein! Bitte nicht erschießen! Falsche Seite! Nein, Leute! Jetzt bitte nicht! Das ist wirklich die falsche Seite, Maudado! Maudado! Da... Ich hab nicht geschossen! Oh! Ist drin! Okay, meine Damen und Herren! Einmal... Schön... in mein... Zimmer! Hä? Oh! Nein! 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 Alles okay. Alles, ihr habt alles im Griff. Oh, mir wird schlecht. Wie fliegst du denn? Ah, stopp. Ja, der hat wieder gesoffen. Ihr könnt hier kostenlos bei Aslak eher mitfliegen? Oder wird's noch beschwert? Hallo. Nicht auf mich schießen heute, Alter. Oh nein. Leute. Was denn? Ihr ist im Unfall. Wie das aussieht. Kannst du auch nicht ganz knapp dran vorbeifliegen? Ganz knapp, Palette. Was? Mach mal richtig im Stunt. So ganz knapp. Okay. Okay. Nimm ihn in ein Dach und mach's knapp. Das ist ideal. Genau. Ja, dieser Turm. Ja, hier zwischen. So, so. Oder so. Boah. Ne, warte. So. Oh. Was? Nein. Ich hab überlebt. Mann. Was? Ja. Wie das denn? Ich bin genau nach dem Crash rausgesprungen. Oh ja. Au. Hey, Sir. Sie haben mich angefahren. Ich dachte, du hast vor dir gepa... Warum hast du deinen Motorradclub aufgelöst? Zack. Äh... Hast du ein Disconnect, Manuel? Achso. Einmal schon. Äh, ein Disconnect? Ne, hab ich nicht. Hab gelocht. Neh mich mit. Bitte. Steck ein. Wart auf uns. Mach ich. Bin sowieso unsagbar langsam. Nie. Und hast du dir einen Lastwagen geklaut? Ja. Warte, warte, warte. Was soll das denn? Ja. 5.000 Dollar, oder? Ja. Ach deshalb. Oh Mann, ey. Danke. Jetzt hab ich's. Wenn ich mal Plus gemacht. So, jetzt können wir auch endlich mal hier starten. Oh, ich hab zwei Sterne. Schnell rein. Ich, 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 ich. Aua. Und rein. Ja. Ja. Bin mit. Bitte. Nein. Bitte. Stehst du direkt davor? Ja. Aber irgendwie werde ich nicht gefragt, ob ich da rein will. Ja, warte. Kann ich machen. Kann ich auch machen. Oh, Alter. Jetzt kommt. Sind alle drinnen, Manu. Hä? Ich bin hier gefangen. Ich war der erste, der geshellt hat. Ja, denk mal drüber nach. Warum? Wir haben nicht geshellt, Palouf. Wir sind einfach reingezogen. Ach so. Ach, der muss doch. Ja, geil. Jetzt sind wir alle in der Mission, Manu. Wo bleibst du denn? Ja. Och, Mann. Ich hab jetzt mein Fernseher angemacht. Da kommst du. Oh, als Letzter drin. Oh. Tschüss. Ne, ich wurde ja jetzt gerade erst eingeladen. Kann ich an die Tür. Ja, ich hab's da. Lol. Ne, nein. Schon ein bisschen peinlich. Ne, nein. Ui. Oh, ich bin Letzter im Raum. Ach, doch. Hallo. Hallo. Wo hast du den Stock her? Der, ach, der versteht ja nur Englisch. Ach, von der Brücke da. Ach so. Okay, danke. Mann, Lester. Ich versteh diese Karte nicht. Konvoi auf der Brücke angreifen. Hacken, Konvoi überfallen. Motorräder klauen. Oh. Was ist das denn für ne Pose? Lester? Oh. Wir kommen alle mit. Somio Palette. Besorge dir eine Hacker-Ausrüstung von einer rivalisierenden High-End-Crew in Winewood. Schalte die Wachen aus, lade die Geräte aus ihren Transportern in unsere um und lenke die Crew ab und bringe den Wagen zu Page. Okay. Fahrer? Lockvogel? Lockvogel. Wirst du lieber Lockvogel oder Fahrer sein? Ja, ich bin lieber Lockvogel. Boah. Das sind, das sind geile Typen, Alter. Auf jeden Fall. Hier? Würde ich alle sofort daten? Leute, kommt. Ich bin Fahrer. Was? Achso. Ach, alle ihnen... Ich hab mein bestes Auto geholt. Was ist das denn? Das ist mein Auto. Oh nein. Nein. Ich bin doch Rentner. Ja. Das sieht aber eher so aus, als du wärst du Ur-Opa-Rentner. Ja. Alter! Sechs-Sitzer. Wie geil. Was? Cool, oder? Das ist wirklich cool. Aber es tut man sowas noch. Aber ich hab ein bisschen Angst im Zombie. Hallo, willst du dich auch außen hinhängen? Wie mach ich das? Verstehen wir da, du. Einfach nochmal ganz hinten im Auto stehen. Zum Einsteigen. Und dann? Einfach wieder? Und du stehst so nah an der Tür. Weiterhin. Achso. Okay, warte. Hä? Wieso? Warte mal. Wie hab ich das gemacht? Ich hab einfach F gedrückt. Hä? Du kannst auf Zombiesseite dich auf jeden Fall hinten anhängen. Manu, kannst du helfen? Wir hören wieder cool am Outrage. Mann. Das wollte ich nicht. Ich dachte, wenn man F gedrückt hätte... Dann geh ich halt da hin. Vielleicht... Oh Gott, nein. Sorry. Hä? Ich wollte nicht. Ich geh wieder raus. Ja, warte, warte, warte. Das ist richtig. Verlooten? Ja? Und jetzt versuch hinten einzustellen. Okay. Und hinten. Jaaaa! Jaaaa! Den, 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 den... Das ist der Trick. Der hinten was besetzt hat, aber sowieso. Keine Ahnung. Willst du fallen? Wir hätten es vorhin irgendwie anders geschafft. Oh yeah. Los geht's Leute! Warte mal, wenn ich jetzt aussteig. Was dann? Ja genau! Warte und jetzt gehe ich zur rechten Seite. Nein! Ach man. Fahren wir einfach. Hau ihn gegen Schild! Nein! Nimm mal so eine Laterne mit, komm! Ich weiß nicht. Probier es einfach! Mach mal! Nein! Nein! Nicht mit dem Auto! Mit Paluten! Ich gehe mal in die Ego Perspektive. Warte! Au! Ratsch ich meine Wand, genau! Ja, aber war das nicht der Unfall? Nee, das war aufs Auto. Ein paar Luten ist irgendwie durch und dann erst runtergefallen. Okay, Lux! Hä? Da saß keiner auf der Seite. Wir müssen jetzt wieder aus... Warte, ich will es auch noch mal probieren. Lass es doch einfach dahin fahren. Boah! Oh Gott! Oh Gott! Die arme Dude! Meine Schoss. Der hängt hier hinten. Oh Gott! Ich glaube nur die linke Seite. Ja! Ja! Was? Alter! Keine Ahnung, ich habe alle Tasten irgendwie gedrückt. Jetzt musst du nach vorne zielen, Palo. Das ist krass. Das ist einfach nur krass, was hier passiert. Da ist ein Biker! Los! Und jetzt fahr voll rein! Du hast ein Van! So, Maudado ist wieder der Fahrer. Ich bin der Fahrer. Oh, ich gehe hinten rein. Oh, warte, Ego Perspektive? Oh, krass! Hi! Hallo! Sind alle drin? Ja! Ja! Alter, hier ist ein fetter Server! Ein Zombie! Ja, damit hacken wir jetzt! Okay, Leute! Das ist mein Van! Geil! Geiler Van, Maudado! Ja, die daddel ich immer! Was zockst'n so? Ja, da spiel ich nie auf. Let's, Persona! Du hast da Internet drin! Ja, klar! Zombie, die tue es auch! Nein! Und jetzt... Die Rechenpower von meinem Van ist noch nicht groß genug, deswegen klauen wir jetzt ein paar Computerteile. Ah, okay! Kinder! Könnt ihr bitte aufhören? Die geht immer von alleine auf! Zombie ist schuld! Kann mal jemand die Kindersicherung reinmachen? Und warum sehe ich euch immer die Tür greifen? Hä? Gar nicht! Ich greife nach dir, weil die gerade aufgeht! Genau! Oh, wir sind da! So, Leute! Bitte aussteigen! Ah! Komische Typen aufschalten! Oh! Oh Gott! Oh Gott! Das waren die gar nicht, oder? Ah, Maske! Oh ja! Ach so! Einfach nur... Einfach nur hier rein! Vorsicht! Oh Gott! Ich schieße ein paar Grenades! Keine Explosions mehr, bitte! Okay! Wegen den Teilen! Und wegen den Van, die wir klauen müssen! Ich brauche mehr Kills! Oh Gott! Oh Gott! Zombie, du bist mir grad voll reingelaufen! Alter! Die fallen ja um wie die Fliegen! Da oben ist einer! Da oben auch! Tod! Und Verderben! So Leute! Das war's mit der heutigen Folge von GTA 5 Online zusammen mit dem kompletten Freedom Squad! Ich hoffe es hat euch gefallen! Lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da! Und habt einfach noch einen traumhaften Tag! Haut rein! Ciao, ciao! Ciao! gé즈as di-